Das ist ein großer Typ. 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 oder sowas in die Richtung. Ich hätte eine Idee. Ich gehe mal da her. Na ja, ein Brechhäusel. Nice. Was sollte man jetzt an diesen Luftschacht zu werken machen? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn dich jetzt jemand gehört hat. Und jetzt die Lobby. Warte mal. Wann haben sie diesen Metalldetektor eingebaut? Das ist irgendwie kurzschließen. Hm. Dessen sollte ich mich von diesen Leuten fernhalten. Komm her. Oh, eine Muckscherei. Ahhhh. Oh Mann. Ist er zum Ascherhaufen verwandelt worden? Oder ist er das andere? Jumel da rein. To permission von Sk champs Park. Suchan. Jumel da eingeladenze sind. Hochstchen. Wie ist es hier? Et coughstchen. Ja. Du 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 du. Du 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 du. Ich bin der Geht, dass ich das Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Da rein jetzt. Und zwar bis die Tippe nicht vorbeigegangen ist. Ich müsste es. Ich da her. Daher fort. Jetzt da rüber. Bresch das Ding. Nimm das, Metalldetektor! Du kannst kein Metall kennen, wenn du ausgeschalten bist. Gut, ich habe ihn einschleitet. Warte. Das heißt, ich habe jetzt einen Versuch, dass ich genau dorthin komme. Perfekt. Passt. Safe. Die Schaft. Mich zu übertrumpfen mit euren... komischen Metalldetektor. Wie ist das? Da drüben ein Triff. Oh, das ist eine Seele. Oh, ich hätte auch einfach diesen... dieses Brecheisen liegen lassen können. Das hat auch funktioniert. Wo ging ich jetzt? Geht fein ein Bogen rechts von mir. Hier muss diese... Okay, da drüben muss ich hin. Ist ein ganz großes Kino. Ich habe mich um dieses verrückte Hydra-Ding sicher mich erinnert. Ja, es tut es. Ich muss den... Schalter finden. Die sind hier drüben. Okay. Ich bin drin. Und überall geht es tolle Sachen. Und überall geht es tolle Sachen. Ah, Sau. Er sollte darauf aufpassen, wo er hinrennt. Hm. Also, vorsichtig. Oder wie auch immer. Okay. Jetzt haben wir das erste Mal gesehen. Nach oben rechts. Ja. Du hast hier hin. Du 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 du. Oh Mama. Also erst nach hinten. Natürlich. Memo an mich. Achtung. Ja. Ah hin. Ah. Was war die denn eigentlich? Ich frage gar nicht mal. Und ich marschiere einfach gerade weiter. Genau, das war es. Ich bin jetzt nicht oben. Ich bin jetzt nicht oben. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt oben. Oh, hollade die Weltwehr. Ich bin jetzt oben. Ich bin jetzt oben. Oh, hollade die Weltwehr. Ich bin jetzt oben. Eins zurückrennen. Na. Nicht so. Eins zurückrennen. Na, nochmal. Da warten. Jetzt da herrennen. Was? Ich kann meinen Job nicht so machen. Zwei weitere noch. Wie gehst du? Du gehst nur gerade vor und zurück. Bist du eigentlich der einfachste Weg? Und eins nach vorne. Starten wieder eine Runde. Lass ihn vorbeiziehen. Und ich halte hierher. Ich weiss von nichts. Geh da hin. Ist das auch schon? Nein. Kann ich nicht. Daher dann. Daher. 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 Ich werde mich sicher nicht verführen lassen. Ich würde alle reaktivieren, ganz einfach. Da habe ich echt keine Lust. Und auf zum Aufzug. Hey, bist du da hinten? Was machst du da? Danke, dass du eine Pause eingelegt hast, mein Freund. Du bist wieder hier, ich wusste es. Nicht für allzu lange. Kann irgendjemand wieder auf die Knöpfe drücken? Oh Gott. Jetzt ein Kreuzmuster. Geht da los. Geht da los. Geht da los. Mann, ich... Ich gehe einfach das ganze Gebäude durch. Geht da los. Oh ja. Deswegen habe ich nie mein Auge zurückbekommen. Die Halle der Verzweiflung. Geht da los. Oh Mann, dieser Ort ist der schlimmste. Jetzt drehen sich um den Ding herum. Das heißt... Energie kreuzt sich hier mal nicht. Immer da drüber mal. Von links. Und jetzt... Die rechte Seite fahren. Geht... Die Linie runter und hier vorbei. Das heißt... Jetzt kurz mal... Dich hier nicht so drauf stellen. Daher. Und dann... Daher. Daher. Hä? Hä? Hey, hey du! Hast du einen Hallenpass? Als würde ich einen Hallenpass haben. Warte. Josef! Gut. Wie bist du immer noch hier? Du bist doch viel zu cool bei diesem Platz. Ja, danke. Ja, danke, aber das ist nun mal mein Job. Ich kann nicht jeden Tag in der Grube kämpfen. Sie sind nicht hier. Natürlich kannst du das. Du hast große Hirn und einen Kuhkopf. Ich muss das nicht zu viel zu tun. Zwei Sekunde. Dann darf ich nicht weiter tun. Meinst du das wirklich? Nein, nein. Ich werfe dich jetzt hier raus. Ja, genau im Energiestrahl, Trainer. Naja, natürlich. Es ist heute so, das ist es. Es ist jetzt, es ist es, es ist. Warte mal eine Sekunde... Warum tun dir keine Laser nicht weh? Oh, ähm... Weißt du... Sie tun das schon weh, aber du spürst an der Zeile von dich mehr. Das ist... Das ist sehr schön zu hören. Nein, nein. Du würdest sterben, wenn das passiert. Okay, da geht einen Punkt weiter. Aber es wird auch nämlich durchradieren. Das heißt... Herstrahl geht da drüber. Das heißt, ich kann mich hier herstellen. Da herstellen... Vermute ich mal. Oh... Oh... Dann nur die von rechts. Jetzt gefährdet vielleicht. Keine Ahnung, ich rief den sich verdirbt. Also, ich bin mal da drüber. Oh... Kommst du mal wieder her? Gut, das macht doch keinen Spaß. Komm schon, mach mit mit meiner Crew. Nein, meine Mutter wäre sehr enttäuscht von mir, wenn ich einer Gang beitreten würde. Danke, sie kann auch beitreten. Er kann nur zwei weit gehen. Immun, okay. Er dreht sich so. Kannst zwei weit gehen. Wenn du rechts, um von links hast. Da. Da. Jetzt kann du ein wenig. Da ist mehrover.